hey leute sillygurke mal wieder hier auf lasergurkenland dem gratis erreichbaren minecraft server mit der ip-adresse 149.202.127.134 alternativ auch die domain sillyhuhn.com steht auch da oben genau ist ein archivserver ohne regeln und wo ist denn jetzt mein teil auch hier ok und ja wir haben heute mal keinen talk vielleicht mache ich ein bisschen musik an ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. 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 Das war's.